Ahoi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute mal mit dem Thema von Attack on Titan Before the Fall. Tja, der ein oder andere von euch denkt sich jetzt wahrscheinlich, was ist das denn bitte? Tja, ich habe schon in einem der letzten Videos gesagt, dass Before the Fall ein Spin-Off-Manga zur Attack on Titan Hauptstory ist. Und er ist eigentlich der Spin-Off-Manga zu Attack on Titan. Andere Spin-Off-Manga-Bände gehen meistens immer nur bis Band 2, aber Before the Fall ist sogar noch ongoing und hat im Moment 8 Manga-Bände auf Deutsch. Gezeichnet wird dieser nicht von Hajime Isayama persönlich, sondern von Satoshi Shiki. Und Isayama schaut dabei aber immer ein bisschen überwachend über das Skript und gibt dem Mangaka dabei seinen Segen. Isayama selbst sagte außerdem auch, dass Attack on Titan Before the Fall als das offizielle Prequel, also die Vorgeschichte zu Attack on Titan gesehen werden soll, womit es absolut und 100% canon ist. Damit ich euch einen kleinen Einblick geben kann, was dort so geschieht, muss ich natürlich auf den Inhalt der ersten Kapitel aus dem ersten Band eingehen. Aber ich glaube, das sollte jedem klar sein. Die Geschichte startet ungefähr 70 Jahre vor Beginn der Story von Attack on Titan, beziehungsweise vor der ersten Folge von Attack on Titan. Dort sehen wir genau wie bei Eren und Co. den Bezirk Shiganshina. Dort hat sich eine Sekte etabliert, die sich die Titanen-Anbeter nennen. Ja, der Name ist selbsterklärend, denn ihr könnt euch schon denken, was sie tun. Genau, sie beten Titanen an. Diese wollen, dass das Tor von Shiganshina geöffnet wird und die Titanen hereingelassen werden. An der Front dieser Bewegung ist eine hochschwangere Frau, welche die Witwe des ehemaligen Kommandanten des Aufklärungstrupps ist. Da ein Titan den Kopf ihres Mannes über die Mauer warf, ist diese Frau wahnsinnig geworden und schloss sich dementsprechend dann auch der Titanen-Sekte an. Lange Rede, kurzer Sinn, Leute. Es gelingt der Sekte, das Tor zu öffnen und ein einziger Titan dringt dann ein und verschlingt dabei unzählige Menschen. Auch die hochschwangere Frau. Da dies ungefähr 70 Jahre vor Beginn der Geschichte von Attack on Titan spielt, gibt es hier noch gar kein 3D-Manöverapparat und die Soldaten kämpfen quasi mit Ritterschwertern. Ja, kein Joke, Leute. Daher gelingt es nur unter Einsatz vieler Opfer, den Titanen wieder außerhalb der Mauern zu locken. Der Titan hat jedoch gigantischen Schaden angerichtet und viele Menschen auch dabei verspeist. Wie wir aber alle wissen, haben Titanen keinen Verdauungstrakt, weshalb der Titan seinen Mageninhalt erbrochen hat. Ja, er hat komplett seinen Mageninhalt wieder rausgelassen und jetzt wird es ein bisschen ekelhaft und auch irgendwie ein bisschen traurig, wie ich finde. Denn in dem Haufen, den der Titan erbrochen hat, ist dann auch die hochschwangere Frau zu sehen, die ich gerade noch angesprochen hatte. Sie ist natürlich nicht mehr am Leben, aber ihr Kind purzelt ihr quasi noch aus dem Leib raus und ist tatsächlich noch am Leben. Es wird dann von zwei Soldaten des Aufklärungstrupps gefunden und aufgenommen, erst mal. Dieses Kind wird aber dann im Laufe seines Lebens der Titanensohn genannt. Ja, wirklich. Die Leute denken, es wäre wirklich ein Kind eines Titans. Und deshalb wird dieses Kind als Attraktion immer wieder weiterverkauft, geschlagen, misshandelt und landet letzten Endes bei einer sehr reichen Familie. Sein wahrer Name, also der Name des Kindes, ist übrigens Kyukuro. Auch wenn in den verschiedenen Übersetzungen immer wieder andere Namen stehen, in der deutschen und in der japanischen Version, heißt er in jedem Fall Kyukuro. Und deswegen nehme ich das Ganze hier als legitim. Das Leben von Kyukuro ist kein einfaches und er lernt auch erst im Teenager-Alter so richtig zu sprechen, als die Tochter des reichen Mannes, welcher ihn gekauft hat, auf ihn trifft. Ja, und sie dachte erst, er wäre ein Monster, aber als sie dann sieht, dass er eigentlich gar kein Monster beziehungsweise Titan ist, sieht sie das Ganze, sieht sie ihn in einem anderen Bild. Dabei müsst ihr euch vor Augen halten, dass die Menschen eigentlich gar nicht wissen, wie Titanen aussehen. Das wissen ja zum Teil die Menschen innerhalb der Mauern in der aktuellen Geschichte nicht einmal. Weshalb das Mädchen mit dem Namen Charles Angst vor Kyukuro hatte, bevor sie ihn wirklich gesehen hat. Als sie dann erkennt, dass er nur ein normaler Mensch beziehungsweise jung ist, freundet sie sich auch noch mit ihm an und die Geschichte geht dann eigentlich richtig los. Weiter will ich hier aber nicht auf die Geschichte eingehen, denn das wird vielleicht Stoff für weitere Videos, dazu am Ende noch mehr. Wenn man mich jetzt fragen würde, was macht Attack on Titan Before the Fall eigentlich aus, würde ich das Ganze ungefähr wie folgt zusammenfassen. Wir sehen bei Attack on Titan Before the Fall, wie die Welt innerhalb der Mauern vor über 50 Jahren funktioniert hat. Außerdem sehen wir auch die Anfänge des Aufklärungstrupps, der ja noch nicht lange bestand zu der Zeit und auch sehen wir, wie hilflos der Aufklärungstrupp, vor allem im Vergleich zu heute, eigentlich noch war. Auch sehen wir, dass die Militärpolizei schon immer ein korrupter Haufen war. Ja, das überrascht euch wahrscheinlich nicht. Hier ist sie meiner Meinung nach aber noch korrupter, als wir sie in der Hauptstory von Attack on Titan so gesehen haben. Ich persönlich finde auch, dass die Hauptcharaktere hier bei Before the Fall sehr gut geschrieben sind. Klar, es gibt nicht so viele storyrelevante Hauptcharaktere wie im Hauptwerk von Attack on Titan, aber dennoch sind die Charaktere, die wir hier genauer gezeigt bekommen, wirklich gut und passen voll und ganz in die Welt und in die Zeit von Attack on Titan innerhalb der Mauern. Die Charaktere und die Story rund um den Protagonisten Kyukuru haben mich so mitgenommen, dass ich unbedingt wissen wollte, wie das Ganze jetzt weitergeht, was dazu geführt hat, dass ich alle im Moment erhältlichen Bände in gerade mal zwei Tagen durchgesuchtet habe. Ja, das waren acht Bände, also der achte Band war gerade raus, als ich damit angefangen habe und ich habe die wirklich konsequent in zwei Tagen einfach mir reingezogen, weil es einfach so geil war und ich habe mich halt wieder in die Welt von Attack on Titan richtig hineinversetzen können. Das war wirklich gut. Ich bin auch ehrlich zu euch, Leute. Ich finde, Kyukuru ist als Protagonist bei Before the Fall verdammt gut und er macht im Vergleich zu Eren am Anfang, ja, ganz klar gesagt, Eren am Anfang, der Story eine echt gute Figur und bleibt konsequent interessant und das Ganze wohlgemerkt, ohne dass er ein Titanwander ist. Zumindest bis zum jetzigen Standpunkt, wo ich gelesen habe, ist nicht erkenntlich, dass Kyukuru irgendwie ein Titanwanderer ist oder dergleichen. Wichtig hier ist aber auch zu erwähnen, dass ihr hier mal ein bisschen mehr über die Entwicklung des 3D-Manöver-Apparats erfahrt und auch, wie die klingen, welche Mikasa und Koya so selbstverständlich durch die Gegend schwingen, wie die eigentlich entwickelt wurden, woraus die bestehen. All sowas erfahrt ihr hier. Denn, wie schon erwähnt, war die Menschheit hilflos gegen die Titanen und wusste lange Zeit nicht einmal, wo der Schwachpunkt der Titanen ist. Ja, die wussten nicht mal, dass der Schwachpunkt im Nacken ist, sondern haben die Titanen an den Füßen angegriffen, haben denen die Ferse durchgeschnitten, damit die Titanen umgekippt sind und damit sie so vor den Titanen fliehen konnten. Ja, nicht damit sie sie bekämpfen konnten, sondern fliehen konnten. Wie ihr schon merkt, bekommt man generell einige Antworten auf Fragen, die in der Hauptstory von Attack on Titan aus Zeitgründen nie wirklich beantwortet wurden. Das verstehe ich aber auch vollkommen. Ja, Isayama muss sich auf das Hauptsächliche konzentrieren. Persönlich finde ich außerdem, dass Attack on Titan Before the Fall ein Muss für jeden richtigen Attack on Titan Fan ist und auch für alle, die die Welt von Attack on Titan ein bisschen mehr verstehen wollen und mehr sehen wollen, auch mal die Hintergründe sehen wollen, wie ist das eine oder andere vielleicht so entstanden, da ist es auf jeden Fall ein absolutes Muss für. Außerdem könnt ihr hiermit auch die Wartezeit auf die neuen Chapter oder die neuen Bände vom Hauptmanga von Attack on Titan richtig gut überbrücken, außer ihr macht das Ganze natürlich so wie ich und zieht euch das innerhalb von zwei Tagen rein. Ein Anime zu Attack on Titan Before the Fall ist übrigens noch nicht geplant, ich könnte mir aber gut vorstellen, dass wir irgendwann auf jeden Fall noch einen dazu bekommen, sodass das Attack on Titan Universum auch in Anime-Form weiterentwickelt wird. Vielleicht wird irgendwann mal eine Staffel kommen als Überbrückung, ja, zwischen Staffel 3 und 4 vielleicht, dass wir da so eine Staffel bekommen von Before the Fall, könnte ich mir an dieser Stelle gut vorstellen, sodass der Manga ein bisschen Puffer hat und noch weitergehen kann. Im Moment gibt es in Japan zwölf Bände und das Ganze ist noch nicht beendet, das heißt, es geht wirklich noch weiter, nicht monatlich in Japan, sondern es kommt alle paar Monate dann ein Band raus. Das wird also nicht wirklich Kapitel für Kapitel veröffentlicht, sondern Before the Fall kommt Band für Band raus, genau wie hier in Deutschland eben. Bei uns sind wie gesagt 8 gerade zu erhalten und der 9. Band kommt Ende November noch raus. Falls ihr euch die Bände bei Amazon bestellen wollt, der Link in der Videobeschreibung bringt euch direkt dorthin und falls ihr die Bände darüber kauft, supportet ihr mich auch ein bisschen, weil ich kriege wirklich ein paar Cent Provision dafür, wenn ihr das da kauft. Ihr bezahlt aber keinen einzigen Cent mehr, ja. Ihr würdet mich dadurch halt nur unterstützen, wenn ihr das Ganze sowieso über Amazon kaufen wollt. Ich habe übrigens da noch eine kleine Idee und da wollte ich mal wissen, was ihr persönlich davon haltet. Da mich viele von euch schon in den Kommentaren gefragt haben, ob ich nicht Lust hätte, mal mehr zu Attack on Titan Before the Fall machen zu können und ich mir dabei noch ein bisschen unsicher bin, wie viele von euch das eigentlich wirklich sehen wollen, frage ich euch hier mal direkt. Ich würde nämlich gerne über die nächsten Monate hinweg immer wieder mal, ja, ein Video machen zu jedem einzelnen Band von Attack on Titan Before the Fall. Das heißt, ich fange quasi wirklich bei Band 1 an, schaue mir den Band an, fasse zusammen, was passiert dort Essentielles, also nach und nach und bringe euch das Ganze dann komprimiert in einer Review, so wie bei meinen Kapitel-Reviews eben auch hier in Form eines Videos da. Und das machen wir eben so lange, bis wir auf dem aktuellen Stand sind vom deutschen Manga, denn ich persönlich lese nicht die illegalen Scans online, was diesen Manga angeht, sondern kaufe mir den immer, wenn der neu kommt. Das heißt, irgendwann sind wir also auf dem aktuellsten Stand und dann kann ich immer schön, wenn ein neuer Band rauskommt, eine Review dazu machen. Ich habe schon in meinen Attack on Titan Kapitel-Reviews nämlich gemerkt, dass sich sehr viele von euch gerne immer eine zweite Meinung, eine zweite zusammengefasste Meinung von mir anhören. Daher dachte ich, das würde eventuell gut ankommen. Und deshalb die Frage an euch, was haltet ihr davon? Schreibt mir das Ganze gerne in den Kommentarbereich, ob ihr sowas wollt oder noch einfacher, stimmt oben rechts in der Infocard ab. So ist es am einfachsten und das ist auch eigentlich nur ein einziger Klick, mehr ist das nicht. Das geht ja ganz, ganz fix und das kann jeder machen, ohne einen Kommentar zu schreiben. Tja Leute, so viel aber für dieses Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich konnte euch das Ganze gut rüberbringen, dass ihr so einen kleinen Eindruck habt, was Before the Fall eigentlich ist. Wie gesagt, ich empfehle euch das ganz, ganz klar und deutlich Before the Fall für alle, die es noch nicht gelesen haben. Und falls euch dieses Video hier gefallen haben sollte, dürft ihr natürlich gerne einen Like da lassen. Kommentiert, wie gesagt, auch mit eurer Meinung, auch generell mit eurer Meinung zu Attack on Time Before the Fall. Dabei ist es egal, ob ihr den Manga schon gelesen habt oder beziehungsweise aktuell lest oder ob ihr noch gar nichts damit anfangen könnt beziehungsweise bis vor diesem Video noch nichts davon wusstet. Schreibt mir das Ganze gerne in den Kommentarbereich. Abonniert auch gerne kostenlos, falls ihr das nicht schon getan haben solltet und schaut auch bei meinen Social Medias vorbei auf Twitter. Da habe ich auch eine Umfrage zur Deutschen Synchro gestartet. Könnt ihr auch mal vorbeischauen. In diesem Sinne, Leute, wünsche ich euch natürlich, wie immer noch, einen wunderschönen Tag. Sage an dieser Stelle Tschau und Tschüss und hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder.